Die Woche Montag, Dienstag, Mittwoch Freitag, Samstag, Sonntag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag Die Woche Der Tag Der Arbeitstag Die Arbeitstage Das Wochenende Die Woche Der Tag Der Arbeitstag Die Arbeitstage Das Wochenende Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag Und jetzt ein Test für dich Dienstag Dienstag Montag Montag Die Woche Samstag Donnerstag 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 Mittwoch Sonntag Freitag Der Tag Der Tag Die Arbeitstage Die Arbeitstage Das Wochenende Der Arbeitstag Dzięki za obejrzenie tego nagrania To co? Widzimy się w kolejnym? Żeby go nie przegapić naciśnij dzwoneczek subskrypcji Jeśli nagranie Ci się podobało zostaw mi lajka A może jest coś jeszcze o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu Chętnie pomogę bo właśnie pomaganiom płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień Do zobaczenia na naszym kanale!